Musik Guten Tag meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, Folge Nummer 10, eine runde Zahl. Und ich begrüße euch, im letzten Part haben wir, äh, ja damit euch näher spinniert und wir machen das jetzt weiter. Wir haben jetzt den Unsichtbarkeitsmachenden Unsichtbarkeitsumhang, alias Tarnumhang und jetzt geht es hier anscheinend weiter. Da ist unser Spiegel, Nähe Gap. Wer es nicht weiß, aber ich erkläre es trotzdem einfach mal. Ja, hier, die können wir anscheinend auch noch kaputt machen, die machen wir natürlich. Ich habe ja das mit dem, ist mir gerade aufgefallen, ich habe es noch nicht geschafft mit diesen Laternen da. Was auch sehr traurig ist, muss ich mal sagen, tatsächlich. Aber ist okay. So, nice. Snithrin. Cool, dann haben wir das Rätsel gelöst und jetzt dann... Ist da was drin? Ja, okay, nur das. Okay. Öffne dich, oder? Achso, da oben müssen wir, ah. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ist das die graue Dame? I don't know. Okay, weird run, weird flex, aber okay. Ich bin schon spät, Ju. Minium. Was macht ihr ja noch auf, Sohalla? Was ist denn los hier? Geil, Level abgeschlossen. Sehr nice. Ja, tatsächlich, am Anfang des Parts ist Level abschließend. Ich hätte das im letzten Fall eigentlich noch machen können, aber ich wusste nicht, wie lange das noch bringt, deswegen... Ist ja egal. Ich wusste nicht, wo ich da jetzt noch mehr Gold hätte sammeln können, aber ist auch... Ist nicht so schlimm. 300...9000, okay, dafür kann man sich schon einiges kaufen und noch nicht so viel. Jetzt machen wir irgendwie eine Story weiter, oder? Ja, Geschichte fortsetzen, komm. Jetzt müsste Weihnachten schon wieder vorbei sein. Ja, ist es auch tatsächlich... Okay. Hermine ist auch wieder da. Ja, nice. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Müssen wir jetzt zu Hagrid? Nee, nee. Nee, doch. Wir müssen da rein. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann in die Tür reingeht, oder... Ich weiß, es ist keine... Keine Ahnung, was so passiert, ne? Ja, dann... Schauen wir mal in diesem Part noch so lang, wie wir kommen. So, dann gibt es... Es gibt aber nicht ein zweites Squid-Spiel, gibt es aber... Kannst du dich mal verpissen, so? Drecksack. Warte mal. Ey, hat mich getroffen. Harry und... Hermine und Ron sind einfach nicht mehr da, so. Okay, kein Bock mehr. Ja, jetzt geht's zu Hagrid's Haus. Sehr geil. Ja, nice. Sehr geil. Fühle ich, feiere ich so. Das ist nice. Kohle gibt's hier auch. Kommt ihr schon mit dem Drachen? Ja, müsst ihr, ne? Jetzt müsst ihr schon mit dem Drachen kommen. Alter, wir sind ja... Fix, ne? Fixed sind wir durch, ey. Ja, eins im Schnelldurchlauf, Kappa. Gehen wir mal rein. Ja, tatsächlich. Ne, jetzt ist ein Horn, lol. Och Gott, süß. Lol, jetzt geht's schon in den verbotenen Wald. Wollt ihr mich verarschen? Meld, für was geht? Einhorn! Du bist doch krank. Ich find Fang voll geil, Alter. Die Animation. Jetzt kriegst du ja endlich mal etwas, was bauen, was graben kann. Müsste jetzt da kommen. Tschau, tschau, tschau. Was ist denn Meld, war ich für ein Angsthasser, Alter? Ey, kein Einhorn flessen. Wer auch immer du bist. Oh, ja, aber Moment. Äh, hier, das will ich erstmal zerstören. Hier gibt's Wespen. Ich hasse Wespen. Ich hab wirklich panisch Angst vor den Dingern. Ich hab wirklich keine Angst, aber das geb ich gern zu, aber... Ist okay. Wir machen jetzt heute diesen Part, solange wir kommen. Ähm, ja, weil... Das Ganze werden wir nicht schaffen, aber einiges sollten wir hinkriegen. So. Würde ich sagen. Wir müssen anscheinend jetzt... Wir müssen jetzt Harry finden. Und dafür wird jetzt auch Fang wichtig. Weil Fang ist der einzige, der graben kann. Moment. Und Hagrid ist auch dabei. So, aha. Und der gräbt und für uns jetzt da Sachen aus. So, cool, ne? Erstmal befreien wir dich. In deiner Not. Was auch immer ich grad kaputt gemacht habe. Okay, das mach ich auch noch kaputt. Nein, nein, Hermine. Warte, Tessie. Sehr gut. Das ist ein Typ. Ach, sei. Ey, sag mal, wie kann man denn so lost sein, Hermine? Ohne Scheiß, Mann. Ich dachte, das wär's krass, aber nee. Falsch gedacht. So. Und zack. Und noch einmal. Ja, nice. Ja, läuft doch bis hierhin. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist, so. Boah, das ist ein Horn, Spucke. Oder dieses Einhorn-Ding. Ich dachte schon, ich krieg das nicht mehr. Oh. Will ich eigentlich nicht hin. Okay, da müssen wir hoch. Das ist sogar, glaube ich, eine Treppe aus irgendwelchen hingepangt oder so. Kann sein. I don't know. Ich bin zwar schon, würde ich sagen, Potter-Fanboy, aber nicht so krass in der Materie, als dass ich das müsste jetzt. Boah, diese Augen, ey, im Hintergrund. Voll creepy, Mann. Da muss Fang jetzt hin eigentlich. Moment, Fang, komm her. So ein braver Junge. Und warum kannst du eigentlich klettern? So, aber warum kann es mein Hund nicht so? Warum kannst du einfach so klettern, Alter? Aber was geht's? Ja, das wird jetzt, die sind, die ebnen uns die nächsten Fahrt, glaube ich, ja. Ja, moin. Coole Sache. Boah, ich hab Fang einfach in den Abgrund stürzen lassen, so wie ein richtiger Baba. Hoch geht's, Hermine. Tu was für dein Geld. Okay, zwei von drei, nice. Oh ja, das ist cool. Wenn ich da hochkomme. Ja. Ui. Nein, das will ich erst mal zerstören. Das ist ekel. Warum existiert ihr überhaupt? Mann. Aber drei von drei, nice. Hufflepuff. Cool, Hufflepuff ist nice. Ach man, Hermine, was ist denn mit dir? Ich versteh dich nicht, Hermine. Ohne Scheiß. So. Zack. Und. Kaputt. Nicht da reinlaufen, Ron. Ich hab gerade, äh... Ich fühl mich grad cool, Hermine, ja? Ich will jetzt nicht, dass du da noch reinläufst. Ja, moin. So. Zack. Hopp. Und, ja, das will ich auch noch haben. Nein, ich will das auch noch haben. Danke. Los, fang mal rauf. Das ist auch so geil, find ich. Okay, neue Stage. Cool. Aber auch wieder... So ein Ding. Wo ist dieser? Ach, da. Mann. Verpisst dich doch einfach. Mensch, meier. Ja. Diesmal nicht, Hermine. Ja, sehr gut, Alter. Das ist doch mein Mädchen hier. Jawohl. Find ich gut. Fühl dich feierlich. Ich könnte da schon durch, aber ich will hier noch ein bisschen rumschauen. Weil da hinten gibt's was. Ja, nice. Okay, gibt's ein bisschen Kohle noch. Kohle ist immer cool. Okay, dann lass mich rein. Wir müssen rein zu Harry. Aber wir sind noch nicht gleich... Wir sind aber gleich da. Aber noch nicht ganz. Schaffen wir es in diesem Part noch? Vielleicht schaffen wir es sogar in diesem Part noch. Das wäre cool. Ja, wir müssen was bauen. Sehr gut. Oh, ich glaub, diese Stage wird etwas größer, ne? Hm. Aber das schaffen ist eine gute Frage. Mal fangen. Auch geil, was die alles für einen Schwimmstil haben. Mach mal auf. Okay, cool. Hagrid ist komplett useless hier. Aber vielleicht... ...wird er noch wichtig? I don't know. Ja, ich glaub, wir werden jetzt noch hier die Fischer machen und dann den Part beenden. Und dann mach ich in der nächsten Folge weiter. Ich denke, das ist das Glückste. Weil, ja. Ich weiß wie gesagt nicht, wie mein Speicher aussieht. Komm, ob der das packt. Aber ich mach nur die Fische hier. Die Fülle machen wir hier noch so, ne? Ist doch gut. Zack. Nice. Und? Riff and Ore. Was ist das? Ah, auch was für Hagrid. Okay. Aber egal. Machen wir alles im nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen, sag ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt. Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage... Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.